Oh, wie? Wie? Egal, wie der kommt. Egal, irgendeine Band, das sagt vorher wahrscheinlich, ich versuche es mal ein Bummel. Wir müssen das promoten, das mit einem Konzept fahren und eine Art und Weise schreien. Oder sein Bläge. Wuh! Sehr schön. Ja, kann auch mal. Schmeckt schon. Nein, aber um so viel Geld aufzutreiben, muss ich nicht umfassen. Nicht wehtun. Ja, lass mal mal was da hin. Aber eigentlich finde ich viel, dass die Geld aufzutreiben. Ich hab's festgestellt. Heute Geld aufzutreiben, wenn ich brauche nach unten sofort. Das kostet mich 30 Euro. Zero death. You death. Darf ich mich nimm? Ja. Wir wirken immer so unecht, diese Klarsaugen. Ich lasse dich nach Karlsrufe an. Das kostet mich 80 Euro. Ja. Und dann? Ja, wenn ich das ja nicht geteilt habe, dann kann ich nicht mehr umwandeln lassen. Ich weiß noch nicht, wie das nicht. Wir gehen mal, hier wird wirklich so etwas herzweißen. Ja. Ja, das kostet mich. Sehr gut. Sehr gut. Kannst du endlich mal Ruhe. Dann pummelst er nicht mehr dich. Nein. 3. 3. 3. 3. 3.